Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Force. Wie ihr schon seht, bin ich hier gerade unterwegs mit dem Popcat, ne Popcat ist er, äh, Kompaktlader und Fräse stoppen. Ich hoffe, der Sound mit der Maschine passt. Ich dachte, die Maschine zu laut ist. So, ich nehm den kleinen Kompaktlader, weil er halt schön klein ist, eventuell nicht so viel Bodendruck ausübt, als wenn ich jetzt hier mit dem großen Traktor durchjagen würde. Normalerweise bleiben die Stubben ja auch im Wald, aber wir müssen die ja hier im Spiel entfernen. So. Drehen wir uns mal zu ihm so hin, nicht, dass wir den Baum mit umnieten. So. Hier sind auch alle Stammholzstämme, sag ich mal, weg. Jetzt liegen hier nur noch die, die durch den Häcksler kommen. Hier am Wegesrand. Ah, irgendwie ist das Ding auch ein bisschen. vom Eigenleben. So. Na, okay, weg. Sag mal, wie groß bist du denn? Jetzt. So. Und was man ja sagen, sagen muss, ist, durch den Season Mod sieht man die Stämme gut, da der Rasen hier weg ist. Äh, das geht schon ein bisschen einfacher als mit dieser anderen Stuppenfräse, diese Standard, muss man ja schon sagen, auch wenn es ab und zu mal irgendwie nicht wird. Na, na? Da ist so. Das wäre eigentlich so. Das meine ich hier manchmal irgendwie. Jetzt. Das will er irgendwie nicht so rechnen. Und das hier. Keine Ahnung, was da immer manchmal ist, weil hier drinnen sehe ich leider die Stucken nicht so gut, deswegen so ein bisschen in der Außenperspektive, Moment, dann fangen wir erstmal da oben hin, mit ganzen 7 kmh, da die Maschine ja neu ist, habe ich vom Händler direkt hierher gefahren hier ist der Stucken, drehen wir was hat der denn da, ob da mal irgendwas vorliegt so 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 ich will die Stucken hier auch mal los werden aber das muss ja auch mal sein so, dann nehmen wir gleich mal den, oder muss man hier so eine Mitte hallo stoppen jetzt so dann geh ich schon weg oh Oh, was ist es? Nanu! Komm, wir fahren mal von der anderen Ecke gegen sie ran. Da ist doch nichts! Komm, wir fahren mal von den Händen ran. So, weg ist er. Wie gesagt, manchmal irgendwie merkwürdig. Manchmal geht das richtig zacki, zacki. So, jetzt gerade, vielleicht bei denen jetzt auch noch. Ah, hätte es sein können. Ich denke manchmal, die Richtung, von wo man da ran fährt, ist irgendwie... So, da ist dann wieder eine. So... Warte mal, da ist nix. Da ist der Nächste. Oh, sogar zwei. Kann er jetzt drei Stunden dauern. Warte mal, ich muss auch langsamer zusehen. Die dritte... Ah... Wegen die Bäume neu pflanzen. So... Und dann gucken, dass wir das wirklich im Frühjahr machen. Und dann gucken, dass wir das wirklich im Frühjahr machen. Und dann gucken, dass wir das wirklich im Frühjahr machen. Jetzt fahren wir mal hier so eine Spur hoch. Dann fahren die beiden hier ran. So... So... Oh, hätte er den nicht ausnehmen können. So... Der ist weg. Ab zum nächsten. Da muss man jetzt sagen, der vom 17er, diese Stuppenfräse, wo man sich seitlich, war das glaube ich, raufstellt, die war... schon ganz gut. Okay, das funktioniert ja gerade. So, wie wir mal auf die beiden kriegen. So... So... Der ging schon mal gut. So... Der ging schon mal gut. So... 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 Den will er jetzt schon... So... So... Der ist weg. Ach, das können wir liegen lassen. Jetzt hält der mich fest. Ich mache schon die beiden Bäume mal durch. Wunderbar. Ist das schon das Ende in sich? Wunderbar. Komm schon. So. Die Stuppen müssen auch mit der Zeit verschwinden. Irgendwie nach einem Jahr oder so. Oder zwei Jahre. Das wäre... Die Möglichkeit dauert es viel länger. Warum gehst du nicht weg? Ja, schon wieder. Was ist denn das? Die Fräse habe ich jetzt mal runtergeladen. So. So. Weil wenn das Stuppenfräsen durch ist, dann ist der Tag auch zu Ende. Dann sind wir schon im Winter. Ja. Das hat alles so lange dauert wie der eben. so. 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 Ich habe noch ein Stück Holz. Das ist weg. So. Der da. Dann. So. Ich habe noch ein Stück. Oh Mann. So. So. Oh, he falls on back. So. 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 Boah, wie schnell der ist. Ok, hier oben ist keiner. Dann können wir hier gleich runter. Nehmen wir den mit. Hallo? Auch den nimmt er gleich ganz weg. Da komme ich auch drauf. Hier einmal runter. Da gibt es irgendwas. So. Und mal hier runter. Ja. Oh, sie stehen auch komplett hier. Gut, dann nehmen wir die da schnell. Den lassen wir einfach. So. Der ist weg. Schauen wir mal, ob er das hin nimmt. Mal kurz stehen. Okay. So, nehmen wir die Beine schnell noch. Zucko. 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 Das steht jetzt nicht so spannend. Ich sehe mich heute ganz durch. Ich fahre einfach mal hier so hoch. Äh, nicht ganz so spannend. Halt nur Stuppenfräse. Ich hoffe es hat euch ein wenig gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut und ich wünsche euch noch einen schönen Topper.